Ein Bündnis angedreht! Jetzt hören wir mal, ob wir den mit den Ungarn auch so gut klarkommen. So. Äh, wo ist der Ketzer jetzt? Hat der den jetzt verbrannt? Na gut, es soll mir recht sein. Ja, mein König. Ich bin Gottesdiener. Bin unterwegs. Ja, mein König. Ihr wünscht die Hilfe der Kirche, mein Herr? Natürlich, mein Herr. Dann juckt er mich nicht. Ja! Die Engländer werden es nicht wagen, mich anzugreifen. So, in Nottingham wird jetzt gerade nichts gebaut. Dann dauert es eigentlich hier, bis es die nächste Türe... Ach, das wird eh bald. Sieh mal. Okay, Dublin. Dublin, genau, da ging ja nichts. Was ist denn das da? Ich respektiere nur Stärke. Und die fehlt euch. Okay, ich glaube, hier müssen wir mal jemanden umbringen. Eure Befehle? Vorwärts! So, die bilden wir fort. Und dann schauen wir doch mal, wie wir hier in Europa weiterverfahren. Also die Franzosen will ich jetzt eigentlich nicht angreifen. Die Portugiesen... Mäh. Die Engländer können wir jetzt vernichten, wenn wir wollen. Ja, wisst ihr was? Machen wir es einfach. Wie ihr wollt, mein König. Do not talk about it. Do it! Stellt Wachen auf! Wir machen hier Rastmänner! Normaler Steuersatz natürlich, wir sind ja brav. So, hier sind sie schon desillusioniert wegen der religiösen Unruhe, wegen den ganzen Ketzern. Aber das kriegen wir ja gerade schön in den Griff. Wenn wir jetzt drei Priester rumgammeln, die sollten ja ihr Werk verrichten. Ich denke mal, dass die Meilander und die Franzosen sich demnächst auch mal in die Haare bekommen werden. Wie stehen die denn gerade noch zueinander? Verbündet sind sie nicht mehr. Es ist mir eine Ehre, mein König. Franzosen-Lady, was willst du? Wie kann ich helfen, mein Herr? Sofort. Was geht denn hier jetzt ab? Sehr wohl, mein König. Ah, Bären haben jetzt die Deutschen eingenommen. Okay, wir machen wieder schön Gewinn. Wir sind wieder die fortschrittlichste Seite. So gehört sich das auch. Neue Familienmitglieder sind immer gut. Die Minen sind auch gut. Rekrutierungsbericht sieht auch super aus. Ja gut, habt ihr nicht so hier. So, jetzt machen wir erstmal mit den Ungarn hier was, damit wir unseren Auftrag erfüllen. Ja, mein König. Kann ich etwas für euch tun? Ja, Handelsrechte. Glaub nicht, dass unser Volk... Ja, halt's Maul. Jawohl! Zwei Einheiten der Sperrmiliz in eurer Hauptstadt. Das heißt, es ist jetzt London. Ja. Wunderhübsch. Attack. Na, dann würde ich vorschlagen, schlage ich hier noch eine Echtzeitschlacht. Kriegungsarmee ist bereit, mein König. Ähm, und danach mache ich eine Aufnahmepause. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ach ja, Moment. Jetzt können wir noch versuchen, den Aston zu töten. Schaffst du es diesmal, die Schlange richtig zu platzieren, du Depp? Ah, jetzt schaffst du es. Und da ist er gestorben, der Aston, der Korrupte. Das heißt, wir können jetzt unseren... wie ihr wünscht. ...Attentäter mal ins Land übersetzen lassen. Mein König gegen Gottes Schiff. ...mal diesen französischen, äh, hier töten. Segel setzen! Ja, gehe an Land. Wer ist mein Ziel? Wo ist denn der jetzt? Da ist er. Ja, ne, portugiesischer Kaufmann hat mich aufgekauft. Ein Ziel, bitte. Das ist alles, was ich will. Gleich mal killen. So, Krieg! Schottland und England. Beziehungsbericht. Verschlechterte Beziehungen zum Heiligen Römischen Reich und zu den Mauren. Ja, das geht mir im Arsch vorbei. Aston, der Korrupte ist hinüber. Damit haben wir einen Kardinal aus dem Kardinalskollegium entfernt. Damit ist Mattett Wallace ein Mörder. Er hat Plusdratentäter geteilt bekommen. Und König Edward ist nur ein grausamer Anführer. Und Kandidat stirbt. Ist das nur zustande gekommen? Ja, Runde. Warte. Runde, Runde, Runde. Runde, 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 Runde. Beenden. Naja, wer hat ruhig vorstellt, ich hier, Lady. Jetzt kommt ja schon wieder so ein portugiesischer Kaufmann. Willst du mich verarschen jetzt, oder was? Schon wieder ein Kreuzzug. Ach, komm. Neue Mission schließt euch dem Kreuzzug an. Ach, komm, ey. Attentat. Das Ableben diesen Schurken. Robin von Hungerford. Jetzt kill ich erst mal den da. Wer oder was beleidigt doch. So. Stirb, du Sau. Ach, verdammt. Aber sie haben mich nicht erwischt. Beziehungsweise meine Attentäter haben sie nicht erwischt. So, er hat mich mal wieder einkassiert. Ja, also gegen Tunis jetzt. Den Clip kennt er ja bereits. Ja, und wir konkurrieren gerade anscheinend mit den Byzantinern. Rekrutierungsbericht. Genau, den haben wir ja verpasst. Haben wir leider keine verpasst, sondern wir haben ihn verpasst. Naja, auf der nächsten Runde können wir versuchen, diesen französischen Diplomaten da umzubringen. So. Echtzeitschlacht. Es wird Zeit wieder. Ich habe Spaß. König Robert. 65 Männer. Oh, aber dafür ist die Kräfteverteilung eigentlich gar nicht mal... Na gut. Angriff. England. Also hier. Die habe ich jetzt so schön zur Weltmacht angeführt. in meiner anderen Solo-Kampagne. Und hier werde ich sie nun vernichten. Hier warten wir jetzt mal auf schöneres Wetter. Ah, das sieht gut aus. So, Caen ist eine Burg. Das wird verdammt schwierig werden. Aber... Ähm, ja. Also den Belagerungsturm sollt ihr mit möglichst starken Einheiten ausstatten. Das hier passt soweit. So, wir können jetzt unsere Einheiten hier um einiges weiter vorziehen, was ich auch machen werde. So. Okay, ich hoffe, die Belagerungstürme können hier jetzt überhaupt Halt finden. Steht jetzt genau beim Tor noch nicht. Na, das kommt immer auf den Blickwinkel des Betrachters drauf an, ne? Der Rest unserer Leute können wir getrost mal einen Ticken hinterher schicken. Ups. Soweit wollte ich euch jetzt auch nicht aufgestellt haben. So, Bogenschützen. Ah, Attack. Ah, ihr könnt da ansetzen. Dann könnt ihr... Ja, ihr könnt da ansetzen, würde ich sagen. Aber hier können die nicht. Schade. So wie es mir aussieht, haben die überhaupt nichts auf den Mauern stehen. Naja, die gammeln jetzt bei der Piazza rum. Naja, die hoffen wahrscheinlich, dass sie ihre Türme auf mich schießen. Aber die schießen ja nicht auf mich, wenn da keine Einheiten in der Nähe sind. Da müssen erst so Flaggen drüber schweben. Dann schießen die Türme auf mich. Naja, jetzt holen wir uns Korn. Dann haben wir unseren nächsten großen Ausbildungsort auf Europa. Haben unsere zweite Burg da mit erobert. Macht ihr da jetzt? Da sollt er hin, Mensch. Fahrt denn hier hin mit dem Ding, ey? Hey, eine Fresse, seid ihr schon betrunken, ey? Den Whisky gibt es doch erst nach der Schlacht, Leute. Okay, also ich sehe schon, wir werden hier jetzt relativ leichtes Spiel haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich die Belagerungstürme gar nicht. Lass den Turm, ne? Brauchen wir ja nicht. Wofür denn? Wofür denn den Turm, wenn niemand die Mauern verteidigt? So. So, das heißt, wir müssen im Prinzip nur das Tor jetzt einreißen. Dann habe ich mich die Belagerungstürme umsonst gebaut. Naja, was soll der Geiz, ne? Kosten ja Gott sei Dank kein Geld. Na, guck, die Engländer, die sind ja... Da habe ich es mir echt zum Vorteil gemacht, dass ich die eben kenne und weiß, wie die halt am Anfang sind. Der Rambock ist an Ort und Stelle. Bald fällt die Verteidigung des Feindes. Rambock! 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 Auf geht's jetzt! Rambock! Jawohl, Schaden 60%, 67%. Na gut, die Tore sind relativ stark. Rambock! 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 Der Rambock hat seine Arbeit getan. Jetzt ist es Zeit für tapfere Herzen und tapfere Taten. So, denke ich mal, werden wir kein Problem mit haben. So, erstmal alles rein hier. Und die Bogenschützen, genau, die, ähm, können wir jetzt natürlich schon mal dazu übergehen lassen, dass sie sich hier vorne gleich mal platzieren. Sofern sie das denn möchten. Ein König, die Männer haben das Gebäude wie wir vorhin eingenommen. Ihr Mut und ihre Fähigkeiten haben es euren Streitmächten zugefügt. So, ein Heilandgesindel kommt anmarschiert. Was hat denn der hier? Zweimal Leibwache des Generals. Deshalb verwenden wir doch überhaupt gar keine Bogenschützen dran. Da schicken wir alle Sperrträger drauf. Na egal, jetzt schauen wir erstmal... Schauen wir mal, ob die sich hier auch von meinem Bogenschützen beeindrucken lassen, wenn ich die hier so formiere. So, Brandgeschosse einsetzen. Ne, hier. So, schauen wir mal, ob die sich hier in irgendeiner Form bewegen hier. Untätig. Okay. Weiterhin untätig. Okay. Meine Bogenschützen... Ah, Moment. Jetzt machen sie was. Werden sie angreifen. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Oh, da kommen schon die ersten Pfeile geflogen. Ne, sie machen nichts. Okay. Ich habe meine Bogenschützen mal sicherheitshalber schon mal ausgewählt, dass sie gleich fliegen können. Ah! Angrief! Los, mein Heilandgesindel! Oh! So, ich bin ja gespannt, wen wir jetzt hier als erstes erschlagen. Von den beiden Hauptmännern, die hier sind. So, er kriegt schon mal aufs Maul. Und vor allen Dingen gleich mal meine Generalswächter in den Rücken hier. Und der Alexander Kenmore, der schon wirklich sehr viel Tapferkeit bewiesen hat auf dem Feld. Unsere Männer haben das Kommando über die Burg. So, da ist jemand gefallen. Prinz Henry. Und der König folgt zugleich. Oder irgendwie so in der Richtung. So, das wird jetzt natürlich lustig. König Robert. Die Burg ist echt schick. Schade, dass man hier oben dann auch nicht weiterkämpfen kann. Das haben sie leider nicht gemacht. Hier ist nämlich schon Schluss. Aber es wird später. Es ist jetzt erstmal eine Burg. Es ist die dritthöchste Entwicklungsstufe für eben den Typus Burg eben. Danach kommt dann noch eine Festung und es ist höchstens eine Zitadelle. So, König Robert. Du siehst dich an der Übermacht entgegen. Du wirst fallen. Ja, los. Hol den runter vom Pferd. Der König muss fallen. Der König von England. Da haben sie gerade erst von den Sachsen die Herrschaft über England errungen und dann wird es von den Schotten wieder abgenommen. So wie es sein muss. Scheiße ist der Gute. Der Gute. Alle anderen fallen vor ihm. Er ist der Letzte. Und er sticht noch ordentlich. König Robert, unser kleiner Stecher. König Robert. Er ist der Letzte. Und Tappbarkeit erringen. Jawohl. Klarer Sieg. Die englische Streit macht die noch in K. Stationiert war aber vollständig aufgerieben. So. Aha. Ehre und Stärke. Wir haben gesiegt. Dieser ehrenhafte Sieg war unseres Volkes würdig. So. Fortbilden. Rekrutierung. Brauchen wir nix. Fruchtfolge bauen. Übungsplatz bauen. Ledergerber bauen. Wunderbar. Perfekt. Weiteres Merkmal erlangt. Siegende Faust. Und Beziehungen verschlechtert zu den Engländern. Grauenhaft. Oh. Die haben hier oben jetzt Hamburg eingenommen. Eih. Scheiße. Ich dachte. Ich hätte gehofft. Wir könnten sie jetzt gleich vernichten. Naja. Das war wohl ein Satz mit X. Aber gut. Ähm. Ja. Wir sind ja auf jeden Fall schon mal relativ weit gekommen jetzt. Also ich muss schon sagen. Ähm. Respekt und so weiter. Hätte ich den Schotten überhaupt nicht zugetraut hier. Naja. Die große Armee. Die wird ja hier gerade zusammengestellt. Wessen Zeit ist abgelaufen. So. Hier können wir das noch weiterhin in Auftrag geben. In Brügge. Genau. Okay. Passt soweit. Gut. Dann mache ich hier jetzt wahrscheinlich einen kurzen Cut.